Aufladungsprinzipien Im Folgenden betrachten wir die Möglichkeiten näher, die Leistung eines Motors über Aufladung zu steigern. Grundsätzlich unterscheidet man zwei Motorentypen. Zum einen mechanisch aufgeladene Motoren, zum anderen abgas-turbo-aufgeladene Motoren. Mechanische Aufladung Bei mechanisch aufgeladenen Motoren wird die Luft von einem Kompressor verdichtet, der durch den Motor selbst mechanisch angetrieben wird. Das bedeutet aber, dass der Kompressor seine Antriebsenergie dem Motor entnimmt. Die erreichte Leistungssteigerung durch die Aufladung wird also zum Teil wieder durch die benötigte Antriebsleistung des Kompressors aufgezehrt. Die Leistungsaufnahme eines mechanischen Laders beträgt bis zu 15% der Motorleistung. Daher ist der Kraftstoffverbrauch gegenüber einem leistungsgleichen Saugmotor erhöht. Abgas-Turbo-Aufladung Im Gegensatz zur mechanischen Aufladung wird bei der Abgas-Turbo-Aufladung nicht die Antriebsenergie des Motors für die Aufladung verbraucht, sondern die ansonsten ungenutzte Energie des Abgasstromes. Dies wird erreicht, indem die heißen Abgase auf eine Turbine geleitet werden, auf deren Welle gleichzeitig das Verdichterrad sitzt. Der Verdichter saugt die Umgebungsluft an und führt sie dem Motor verdichtet zu. Der Turboabgasaufgeladene Motor, oder kurz Turbomotor, verbraucht weniger als der gleichstarke Saugmotor, weil ein sonst nicht genutzter Teil der Abgasenergie zur Leistung des Motors beiträgt. Der Turboabgasaufgeladene Motor, oder kurz Turbomotor, verbraucht weniger als der Abgas-Turbo-Aufladung. Der Turboabgasaufgeladene Motor, oder kurz Turbomotor, verbraucht weniger als der Abgas-Turbo-Aufladung. Der Turboabgasaufgeladene Motor, oder kurz Turbomotor, verbraucht weniger als der Abgas-Turbo-Aufladung. Der Turboabgasaufgeladene Motor, verbraucht weniger als der Abgas-Turbo-Aufladung.